Unsere Welt verändert sich. Immer schneller und schneller. Und wird immer digitaler. Das eröffnet dem Beauty-Business neue Möglichkeiten und Chancen. Wir von L'Oreal Deutschland sind bereit, die Herausforderungen anzunehmen. Wir begleiten unsere Konsumenten. Überall. Jeden Tag. Wir wollen Sie immer wieder überraschen. Mit neuen Ideen und Produkten. Wir wollen Ihre Wünsche erfüllen. Auch Wünsche, von denen Sie noch gar nichts wussten. Die Digitalisierung verändert die Kommunikation mit unseren Konsumenten. Wir treffen Sie heute online und offline. Wir bieten Ihnen immer wieder neue Erlebniswelten, um unsere Marken kennenzulernen. Gemeinsam mit unseren Handelspartnern entwickeln wir langfristige Lösungen, um dort zu sein, wo unsere Konsumenten sind. Um den Markt voranzubringen. Wir übernehmen Verantwortung. Und schaffen nachhaltiges Wachstum. Für unsere Umwelt und die Gesellschaft. Wir fördern Inklusion. Wir bringen Produkte auf den Markt, die die Umwelt schonen. Und begleiten Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Wir bauen das L'Oreal von morgen. Gemeinsam mit allen Mitarbeitern. Wir schaffen ein neues Arbeitsumfeld für eine bessere Zusammenarbeit. Wir bieten Rahmenbedingungen, in denen unsere Teams frei entscheiden können. Wir gehen nicht immer den einfachsten Weg. Wir suchen lieber die beste Lösung. Wir bewegen uns, um das L'Oreal von morgen zu verwirklichen. Wir arbeiten daran. Jeden Tag. Das sind wir. Wir sind L'Oreal Deutschland.